das war das nochmal ich habe keine ahnung kriegen oder irgendwas will ich noch erreichen und wollte diese session beendet und eigentlich noch klatschen ach das war die stage ja geil ja geil das macht ja richtig fahren da kommt das wieder hoch hier ist das unfair ist so was einfach nur unfair okay ich hätte mich jetzt töten ein leben denn so fange ich nicht an so fange ich mich an wie ist das denn passiert da muss ich gestoppert sein in einem unbeobachteten moment das kann ja schon mal passieren oder aber noch mal wieder so was passiert ich bin jetzt ein richtig guter spieler das ist echt ärgerlich was war das für eine scheiße und diesmal werde ich bei allen wichtigen stellen sofort springen also wird dann bestimmte tricks benutzen und ich habe hier wie die am anfang neben gegner ausweiten warum auch immer war ich werde schon hat wieder reingesprungen aus der welt ja und diese mit irgendwie da vorbeigekommen ich wusste wieder nicht mehr dass der gegner kommen hat aber auch geklappt einfach gut das sieht ja gut aus wie ich da jetzt nicht getroffen werde da ist nichts das war eigentlich so aus und was ist okay was da hier noch mal da war uns so ein ding was hier auf so einem anderen boden ist naja ich weiß schon oh nein okay ich weiß worum ich hier verloren habe ich habe mich gerade erstaunlicherweise daran erinnert aber wenn man das ganz langsam macht dann kann das auch klappen eventuell gehen wir auch weg die plattform wie kann ich mir raus die nächste auch lieber verschwinden würden das macht das eigentlich annehmbar ja geht doch die fliege im teilen erfen zwar aber man fällt so nicht runter weil die dinge wieder verschwinden ja okay ja cooler man los geht mir was ganz ja doch kann man mein leben und dann versteht ja weil es ist ja sein leben du möchtest da quetschen und schon wenn mich auf jetzt würde mich noch nicht zerquetschen aber ich werde da kommt auf so eine stelle wobei die ganz komisch ist was was denn hier was ist das denn wow das ist gar nicht sogar da bin ich schon gut wie tot gewesen gerade aber ich bitte man stirbt auch bei sowas aber irgendwie hat geklappt ach da ging sie ganz runter da ging sie ganz runter schön ne ich bin ich da wieder da da sind wir noch schon mehr wie man wie man wie ich weiß wie man was denn ich weiß wo er wo der wir hier ich hab noch ein bisschen glück gehabt macht was und hier geben wir die ballmaschinen des was aber so als nächstes stacheln sehe ich schon das reicht mir schon zu wissen das ist nicht egal aber die spiele aus oder bremst ja probieren wir es mal vielleicht kann man gehen will das ist ja der geister das nennen vielleicht kann man ihn ja irgendwie mit einem bohrer ausbrühen das macht gar nichts ich habe mit dem pharao es macht gar nichts ich habe noch nicht mal möglich die zeit gehabt wie jetzt richtig was er macht laden noch mehr auf okay er schießt um kram und springt rum okay da kann man vielleicht nach hinten aha und dann saugt er mich okay das ist ja nicht so schlimm wenn er war ja nur dass man ihn jetzt nicht treffen kann was ziemlich abpackt aber so wie auch mein gott das ist ja wieder so ein ding da ein bisschen mehr oh mein gott steht in der mitte was alles viel mehr viel gemacht okay man kann man die mega was aber auch dann jetzt da der die böse macht ja das sieht doch ganz gut aus das sieht doch echt gut aus komm schon komm schon das war schön das hat mir spaß gemacht das war doch ordentlich einmal hin und schön die bieten gelesen und dann dann auch alle nicht ey du wurdest kurschein ich habe gerne ein bisschen zertet ihn noch für einen ich fühle mich cool fühlen und werde deshalb noch mal jemand probieren ich bin noch mal ganz frische zum abschluss dieser ersten session es ist doppelman und over again habe ich das Gefühl also over ist ja noch mal nicht mehr der fahrten jetzt bin ich unten angekommen weil die musik ist da die geile mucker baby wow na die fischer sind böse das ist das was das die kennt ich kann uns nicht mal besiegen das gleiche hat dann runter nein wow achso meine störung ist ja wieder anders man ist viel leichter das heißt ich hätte auch einfach so überspringen können ich traue mich irgendwie halt nicht es ist ein ort wieder machen wie langsam okay da kann man gut ausweichen ja was ist das gar nichts wenn ich auf die schaffe da stehen das ist etwas blöde wie soll man denn da jetzt vorbeigekommen bitte ich krieg das nicht so wie ja okay ich hab's gelöst das ist so komplizierte puzzle ist egal ich kriege ein geschenk die wir haben nicht gesehen was es war mal zwei lg das hat man ja mitbekommen du bist du denn ich war wieso hätte so viel aus ich dachte ich weiß was denke ich mir so bei so vielen möglichkeiten und dann das anscheinend ist gar nicht dass ich mir noch ein check und raum aus ich will das heißt meine sprung verhalten wird das ein bisschen anders meine güte die wochen sind seltsam ich muss jetzt dazu da ich meine mich zu erinnern ist das ist ja also ich kenne ja mega mentale schon durch andere youtuber und bestimmte sachen sind einfach bis heute eingebrannt deswegen kannte ich das dass da irgendwas ist die und bekommen wie das ist das ich weiß jetzt nicht was es ist aber ich habe weh bekommen hier das ist doch jetzt wire damit kann man nicht bestimmt was ganz wie bei selder links zum regel mit der kralle dann mit dem mit dem greif fahrten bin ich jetzt eigentlich wieder ganz am anfang von dem ganzen mischmaschinen sieht echt so aus glaube ich muss den ganzen lösen ich gerade eben eine schon gestafften wieder oben da war aber die fahrer open station netter zu mir die hat mich wenigstens woanders hingeschickt da war das überhaupt das was ich gerade eben schon gemacht habe ja das ist neu da waren wir genau das gefällt mir ganz und gar nicht was soll das denn da okay die kann doch wenigstens ausschießen gefährlich das sieht gefährlich aus okay tschüss wie unfair ist das denn bitte oh mein gott es gibt wirklich also das muss mir da muss mir jeder zustimmen es gibt wirklich stellen in diesem stieg einfach nur mega unfair sind und das war gerade eine davon also wirklich was war das denn das war ja einfach nur böse gerade okay ich muss mir merken wenn ich den ein screen wechseln will dann kommt aber was macht ihr war jetzt der war zum lüge seine lust attacke die lüge attacke und dann geht es einfach wenn ihr mir so kommt dann kann jemand das leiten durch kein ding aber es ist jetzt nicht weil es hat geklappt ich mache ich wieder heizflöcherliche manöver teilweise so ist so und dann geht es auch die kommen nicht mehr runter nein scheiße noch mal schaden wie viel leben habe ich noch scheiße das ist schlecht das ist richtig schlechte mit null leben ist das jetzt echt blöd ich vermute mal ganz schnell ich habe die waffen nicht okay was macht ihr für scheiße ich will mit energetik nicht benutzen aber feiner machbar ist dann könnte ich mir das jetzt nicht erlauben ich habe es mein letztes benutzten benutzt und wahrscheinlich ficken aber egal ja weil er schon so eine blöse macht mit dem schicken er nimmt absolut gar keinen schaden er nimmt gefühlt nur schaden okay aber wenn er sowas macht dann ist er ja geil aber das war leider verschwendet der energietank absolut verschwendet absolut verschwendet na gut mein plan für das nächste mal sein was geil wenn wir die ganzen den tank zurückzuholen dann euch ja wieder zwei stück früher oder so und dann lassen wir es aber dabei ich habe immerhin dreimal sigma sechs parts oder so wahrscheinlich beziehungsweise neun wenn man die anderen bremme zählt dieses spiel ist hart aber ich werde es irgendwie schaffen bis zum nächsten mal tschau